Ja, übrigens, du hast hier einen Tremsassistent, der in meiner schönen Situation tagtäglich zur Seite steht in der Kettenschränk-Vogas auf Börse als Rolwenzel und greift sofort zu. Natürlich, er fehlt die Antie. Ja, Christian, das hast du schönes. Übrigens, das ist der neue August von Toyota, sucht deine Info. Genau. Möchtest du dich mal wieder einsetzen? Möchtest du mich vor, bist du ja gerne hilfreich. Wie heißt Ihre Gattin, der Herr? So, ich öffne Ihnen mal die Tür. Achtung. So, und? Sitzen Sie die Kette. Und...